Heute zeige ich dir, was ich super praktisches aus meinen Baumwollstoffresten genäht habe. Und dazu brauche ich Stoffreste. Die schneide ich in 7 cm breite Streifen. Die Länge ist dabei egal. Es ist sogar gut, wenn die Streifen unterschiedlich lang sind. Wie viele Streifen du brauchst, findest du in der Anleitung, die du gerade bei uns auf der Webseite herunterladen kannst. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Jetzt nehme ich zwei Stoffstreifen und lege sie so rechts auf rechts aufeinander. Zusammengenäht werden sie über diese Diagonale. Ich zeichne sie mir mit einem Geodreieck und Schneiderkreide an. An dieser Linie entlang mache ich jetzt eine Naht. Ich mache das mit der Overlock, aber du kannst auch den Zickzackstich an der Nähmaschine verwenden. So erhalte ich einen langen Streifen. Das mache ich jetzt mit allen Streifen, bis ich einen super langen Streifen habe. Ich stecke dafür einfach alle Teile zusammen und nähe dann alle Teile in einem Ruck. Dann muss ich anschließend nur noch die Fäden hier auseinanderschneiden. Die Nahtstellen bügle ich auseinander und so habe ich dann ein ganz langes Band. Jetzt nehme ich die beiden Enden des Bandes, lege sie so rechts auf rechts aufeinander und nähe die komplette Länge an einer Seite zusammen. Ich nehme dafür wieder die Overlock, aber der Zickzackstich geht hier auch. Dann kommt der spaßige Teil. Jetzt wird ganz viel genäht. Jetzt ist mein Streifen nur noch halb so lang, aber doppelt so breit. An einem Ende sind die Streifen ja noch zusammen. Hier muss ich den Streifen knappkantig abschneiden, sodass diese Enden wieder lose sind. Jetzt nehme ich wieder die Enden des neuen Streifens, lege sie rechts auf rechts aufeinander und schließe wieder diese Naht hier über die ganze Länge. Und wieder ist der Streifen halb so lang und doppelt so breit geworden. Also mache ich das Ganze nochmal. So sieht mein Stoffstück jetzt aus. Ich habe hier eine Breite von 8 Streifen. Jetzt falte ich das Stoffstück so, dann nähe ich hier und hier. Wenn diese beiden Nähte gemacht sind, kannst du auch schon erahnen, was es werden soll. Ich möchte eine Tasche nähen. Dafür brauche ich jetzt noch Henkel. Dafür habe ich noch Streifen zurückbehalten. Diese Streifen falte ich einmal in der Mitte und nähe sie hier auf der Länge zusammen. Das mache ich jetzt nicht mehr mit der Overlock, sondern mit dem Geradstich an meiner Nähmaschine. So sehen die vorbereiteten Henkel aus. Ich habe unterschiedliche Stoffe benutzt. Jetzt muss ich sie nur noch wenden. Das geht besonders gut mit einer Arterienklemme. Und dann habe ich sie noch rechts und links an der Kante abgesteppt. Oben an der Taschenkante habe ich die Nahtzugabe jeweils 1 cm umgebügelt und dann nochmal 3 cm zusätzlich für einen Saum. In den Saum nähe ich auch gleich die Henkel mit ein. Das mache ich zwischen dem zweiten und dritten Streifen von der Außenseite. Einfach anstecken und alles rundherum in einem Zug festnähen. Dann fixiere ich sie nochmal mit einer weiteren Naht. Und dann ist die Tasche auch schon fertig und ich kann sie benutzen oder verschenken. Die Anleitung für die Tasche gibt es gratis bei uns auf der Webseite und den Link findest du in der Videobeschreibung. Schau dir auch unbedingt noch dieses Video und dieses hier an. Aus so einem Stück Stoff kannst du auch gut einen Kissenbezug nähen und natürlich noch vieles mehr. Da kannst du ganz kreativ sein. Wenn du das Video bis hierher geschaut hast und es dir gefallen hat, dann gib uns doch bitte einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!